Drei Wörter, die du kennen solltest. Der Begriff melancholisch beschreibt einen Zustand stiller Traurigkeit oder Nachdenklichkeit oft ohne offensichtlichen Grund. Melancholisch beschreibt einen Zustand stiller Traurigkeit oder Nachdenklichkeit oft ohne offensichtlichen Grund. Der Begriff melodisch bezeichnet einen harmonischen und angenehmen Musikstil oder Klang. Der Begriff melodisch bezeichnet einen harmonischen und angenehmen Musikstil oder Klang. Der Begriff mental bezieht sich auf das Denken, die Psyche oder den geistigen Zustand eines Menschen. Der Begriff mental bezieht sich auf das Denken, die Psyche oder den geistigen Zustand eines Menschen. Wenn du Beispielsätze mit diesen Wörtern benötigst, dann schreibe es bitte in die Kommentare. Ich werde dann entsprechende Videos erstellen. Die Psyche oder 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 die Psyche. Vielen Dank.